Ja, servus und herzlich willkommen bei FatalP und heute spielen wir nix, genau nix, wir spielen gar nichts, denn ich musste durch einen Zufall feststellen, dass auf meinem YouTube-Account sich eine Zahl geändert hat und ja, das stimmt. Ich habe mittlerweile jetzt meine 200 Abonnenten erreicht, ich bin sogar drüber, das heißt ich habe 201 Abonnenten oder so, 201 Abonnent, so rum heißt es und ja, ich kann mich nicht beklagen und das war mein Ziel, was ich für dieses Jahr mir vorgenommen habe und ja, ich habe jetzt zwei mega geile Spiele für euch, um mitzumachen, schreibt einfach einen Kommentar, egal ob ihr Abonnent seid oder nicht, schreibt einfach drunter, warum genau du das Spiel haben willst und Ihr könnt aber nicht bei beiden Dingern mitmalen, sondern immer nur ein Spiel davon, das heißt das oder das halt und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben mit diesem Video und ich hoffe es gefällt euch und das ist mal eine ganz andere Seite von mir, ich habe mich jetzt mal richtig lange reingesetzt, normal ich setze mich auch so schon lange ran für die Videos, aber da habe ich mich richtig, richtig lange hingesetzt Und im Hintergrund seht ihr ein Gameplay von Warframe auf Eidolon, aber ist unwichtig, die zwei Spiele sind wichtig, also ab dafür! Ich habe Bienen So, wie ihr unschwer erkennen konntet, war das Grit, nicht Grit 2. Was anderes hatte ich leider nicht. Und jetzt kommt auch gleich das zweite Spiel. Hab da halt auch die besten Szenen zusammengeschnitten. Ich melde mich hier gerade aus dem Schnitt, deswegen klingt das so ein bisschen komisch jetzt gerade. Ja, was soll ich sagen. Falls du gewonnen hast, kannst du, weil ich mache ja dann so ein Video, dann siehst du dann, ob du gewonnen hast. Dann kontaktierst du mich, indem du auf mehr geklickt hast in der Beschreibung bei dem Video. Und da kannst du dann mir eine E-Mail schreiben. Und ich antworte dir dann und gebe dir dann da den Key. Und ja, wenn ihr mich abonnieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Und das macht ihr aber nur, wenn ihr Bock habt. Also nicht, ich zwinge euch nicht dazu. Aber gut, das war es erstmal. Jetzt habe ich genug geprabbelt. Und ab dafür fürs Nächste. Und das war es erstmalig. Wie ihr unschwer erkennen konntet, wurde das überhaupt nicht überarbeitet. Das war einfach ein Trailer, den ich gefunden hatte, weil ich konnte das nicht wirklich selber aufnehmen, denn ich besitze das Spiel nicht. Deswegen haue ich sogar Spiele raus, die ich nicht mal selber besitze, außer Grid, das habe ich selber. Deswegen konnte ich da auch so schöne Trailer machen davon. Das Spiel heißt Strider oder Streeter oder so. Ja doch, Streeter, Entschuldigung. Ich habe jetzt erstmal nur zwei Spiele, aber wenn ihr mich ganz, ganz lieb fragt und viel in den Kommentaren schreibt, dass ich das auch noch raushauen soll, haue ich noch einen Shooter raus. Es ist ein zweiter Weltkriegs-Shooter. Mehr sage ich nicht. Ihr könnt dann selber rätseln, was es sein könnte. Und wie gesagt, wenn ihr das haben wollt, schreibt ganz viele in die Kommentare, dass ich das machen soll. Dann haue ich da das noch raus. Ansonsten war es das eigentlich schon und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist wirklich nur ganz kurz, aber dafür knackig und geil. Ja, es war wirklich geil. Und ja, das war es meine Freunde. Haut rein. Peace. Ciao.